willkommen zu einer neuen 20 uhr fifa mobile 19 folge jawohl viele haben gefragt dennis wo ist dein messi heute ich habe rewitsch wieder reingestellt weil ich halt mit messi keine 120 chemistry habe und ab und zu mache ich ja ein reverse angriff spielchen auch privat ich kann euch messi zeigen ich habe messi nicht verkauft ich habe messi nirgendwo eingesetzt da ist doch mein kleiner lionel messi leute da ist doch messi alles ist gut ich denke mal aber ich werde ihn verkaufen weil ich finde die idee mit klose und lona matthäus einfach geiler und ich hoffe dass lionel messi mindestens so zehn millionen bringt leute was sagt ihr was denkt ihr leute wie viel wird lionel messi auf dem transfermarkt kosten schreibt unten in die kommentare was ihr so denkt ich sag weil wir halt echt viele gezogen haben gehe ich davon aus dass selbst ein 92 lionel messi wir können ja mal ganz kurz gucken wie der normale messi kostet ich gehe aber davon aus dass der normale messi sogar glaube ich mehr kosten wird ist zwar dumm aber es hört sich auch dumm an normaler messi mehr als der info messi aber den der wurde halt so oft gezogen messi klar wenn man jetzt diese preise so sieht alter denkt man alter mein messi verkaufe ich auch für 20 millionen ich glaube das wird aber nicht so sein ich glaube das wird nicht so sein ich denke davon aus dass der normale messi kostet 20 millionen 18 millionen 18 millionen für den normalen messi und wenn man logisch denkt messi inform muss ja dann eigentlich auch mindestens 18 19 millionen kosten weil der normalen messi inform hat er sogar 92 und nicht 91 ich gehe davon aber nicht aus ich sage der kostet 15 millionen obwohl 12 13 ich weiß es nicht leute ich weiß nicht ich bin mal auf eure kommentare gespannt was ihr so tippt was ihr so denkt ja wie viel wird messi kosten wie viel wird messi kosten wir gehen rein ins boxing days event was ich hier aber schon gespielt habe belastend ich werde hier für das boxing day event ich denke mal keine fifa points raushauen weil das ist mir doch ein bisschen zu heftig auch wenn man hier halt einen fernanilio bekommen könnte beispielsweise und die karte sieht schon geil aus muss man ja sagen das design macht immer das war es wirklich digga aber was anderes bleibt mir jetzt nicht leider ich kann ich kann nur abwarten ich kann eigentlich nur abwarten bis das neujahrsevent kommt und ich hoffe da wird dann werden die icons veröffentlicht klose das sind halt dass es dann wieder parallel zum neujahrsevent ein icon event gibt wo man halt wieder die icons icon packs ziehen kann öffnen kann und dann klose und loder matthäus klose und loder matthäus das ist so mein ziel oder mein nächster plan fußballkälte da war das nächste problem leute da war das nächste problem was soll ich mit den schneebellen machen ich habe jetzt irgendwie 4000 schneebälle auf 10.000 werde ich innerhalb der nächsten paar tage nicht mehr kommen das heißt ich kann mir mein matt summels oder halt den spieler higu ein kostet auch glaube ich 10.000 oder so schneebälle kann ich halt nicht leisten ich kann mir da meint die spieler die ultra spieler hinten nicht holen ich werde auch keine fifa points mehr reinhauen für das kälte event lol alter wir werden wieder komplett umgehauen hier von den eisblöcken die frage ist halt leute sollen wir uns mit den schneebellen skill boost karten holen sollen wir uns geschenke holen mit den geschenken dann irgendwie münzen oder auch skill boost 7 der woche punkte oder 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 was soll ich mit den schneebellen machen was macht ihr mit den schneebellen das könnt ihr auch gerne mal die kommentare schreiben genau aber jetzt nicht dass ich wieder so viele fragen habt dann wisst ihr gar nicht wieder was hier uns die kommentare schreibt also wie teuer ist messi erste frage zweite frage was macht ihr mit den schneebellen das sind die fragen die ich euch heute stelle mehr fragen frage stelle ich euch nicht leute und wenn ihr noch nicht abonniert seit meines kanals könnt ihr natürlich auch gerne kostenlos abonnieren um keiner meiner fifa 19 mobile videos mehr zu verpassen täglichen fifa 19 mobile content gibt es ja auf meinem kanal wir gehen rein hier ins hitze punkt skillspiel und ich werde die skillspiele jetzt erstmal durchballern aber ja was gibt es da zu sagen eigentlich nix das war ein witz ne so skillspiele sind erstmal durch zack zack und wie lange läuft das eigentlich noch bis im zweiten ersten oder dritten ersten wir können uns ja ungefähr ausrechnen wie viele schneebellen wir noch bekommen aber dann leute wir kommen nicht auf 10.000 wenn ich jetzt hier innerhalb von 20 tagen oder 25 tagen 26 tage nicht auf 10 nicht mal 5000 schneebälle gekommen bin werde ich jetzt in den letzten tagen auch nicht mehr auf 10.000 kommen außer ich gebe hier immer noch mal aus 50 schneebälle zack 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 mache ich aber nicht ja ich habe ich kann es euch genau zeigen schneemänner hier hinten könnten wir uns natürlich hier diese geschenke wollen ja im papier natürlich ultra heftig aber 15.000 ist nicht wir schaffen nicht mal 12.000 wir schaffen auch nicht 10.000 ja wir könnten uns wenn denn überhaupt wenn denn überhaupt könnten uns bitten gut und einen axelwitzel holen aber die interessieren mich ja eigentlich auch nicht deswegen brauche ich die spiele auch nicht wir könnten uns games punkte holen münzen könnten uns ein paar holen geschenke ich gehe ich denke mal ich mir geschenke und skill boost ich glaube das bringt am meisten oder was sagt ihr könnt ihr gerne wie gesagt unten reinschreiben in die kommentare 23 millionen müssen habe ich jetzt weil ich will jetzt meine spiele auch nicht irgendwie trainieren ich will jetzt keine andere spiele auf dem transfermarkt holen könnte ich natürlich machen aber dann gehe ich halt nicht dann weiß ich halt nicht ob die münzen ausreichend für lothar matthäus und für mich rostav klose deswegen spare ich die erst mal und wir gehen rein in versus angriff würde ich sagen oder habe ich schon gespielt obwohl ich auch nur angriff ist im skillspiele sind ich habe hier 290 punkte die gruppen phasen punkte möchte ich hierfür diese 1000 punkte aufbewahren dass wir dann hier das wird noch mal heftig man da kriegen wir noch mal einen geilen spieler ederson alexandro beratti insigne griezmann groß lewandowski messi eigentlich könnten wir gar kein spieler davon ins team hineinstellen ja der einzige wirklich wäre lewandowski und ein groß aber natürlich würde ich am liebsten messi nehmen weil er am meisten kostet ganz klar ich denke mal wir sollten noch auf 1000 punkte kommen weil die chemistik läuft ja noch ewig retten das läuft das läuft halt so lange wie die chemistik halt noch geht deswegen sollte es eigentlich kein problem dann auch auf 1000 zu kommen die ganzen spiele muss ich auch noch machen hier kriegen wir ja auch noch mal punkte zwei immer bam bam muss ich auch noch zocken habe ich ja noch vier tage dafür zeit aber ich würde sagen wir spielen heute wo es ist angriff wieder zwei spielchen am ende oder drei vielleicht so sogar muss ich mal schauen wie es läuft sagt das kälte steck ist natürlich auch noch am start hier das lohnt sich auf jeden fall leute kann ich euch nur ans herz legen euch angriff zu zocken und hat immer das kälte pack dazu aktivieren weil man dadurch halt locker easy skill boost karten bekommt und hat auch hitze und kälte punkte genau um dann halt bei der schneeflocke weitermachen zu können so kriegt man eigentlich wenn man eine schneeflocke irgendwie komplett abgeschlossen hat weil ich bin jetzt einfach lol er hat ein hasard 93 wtf wie fahrt der denn da investiert ins kälte event der locker hier kukuri pl pro alles klar 96 gegen 96 120 chemistry 120 chemistry duel auf augenhöhe let's go und ich hoffe dass ich das spielchen hier gewinnen kann komm johnson geh vorbei den muss da reinhauen nein was mache ich denn alter robben eigentlich das drg auf dem her rief und deshalb auch ein paar baut chröne bei der vertrau ist es isst schon mal meine rohre ich keine rohre ich mich ich bin jetzt noch mal die mal meine rohre ich best es soll's her dass ich das nicht sogar malου wager und habe ich konnte nicht verraten habe ich schade natürlich auf dem die jetzige leute habe ich mir dabei gesagt ich ja espero cheig bin ich mich dass die frisit aber die frisit aber noch nicht besser wie ich bin ich glaube ich denke ich bin ebenso dann meine ich wenn ich nicht malllog auch dass ich das erste mal war ich bin ich bin aber es ich bin aber das war ja wirklich etwas da bin ich bin ich bin ich ich bin 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 ich de Vielen Dank. Vielen Dank. Eigentlich hätten wir das erste eben auch gewinnen müssen. Hätte, hätte. Fahrradkette. Habe ich nicht gewonnen. Deswegen hoffe ich, dass ich das Spiel jetzt hier gewinnen kann. Komm, lad mal ein bisschen schneller hier, Fliefer Mauerweil. Dankeschön. So. Was hat der Gegner? Wahrscheinlich 102. 105. Oh, wieder Duell auf Augenhöhe. Mit Ronaldo, mit Dybala. Alter, war das Full Juventus Turin? Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, weil ich die Zeit wieder zu kurz war. Ich konnte nur Ronaldo sehen und habe Dybala noch im Z-Term gesehen und Mandzukic und Costa habe ich gesehen. Mehr Spiele habe ich nicht gesehen. Okay, er hat nicht Full. Er hat einen Kimbembe noch hinten. Alles klar. Wie hat er dann das denn eingebaut? Wahrscheinlich mit Buffon, oder? Weil Buffon spielt jetzt bei Paris. Von Magnoli ist halt Italiener, würde halt Buffon perfekt reinpassen. Mal gucken. Ich glaube, der sieht auch aus wie Buffon. Der sieht aus wie Buffon. Okay, Linie da noch nach hinten. Joshua Kimmich. Boom. Perfekter Start hier. Freistoß auch noch einnetzen hier, Toni Kroos. Toni Kroos. Toni Kroos. Wie Kroos. Toni Kroos, Zauberfuß. Kimmich. Jetzt bloß nicht schwächeln hier. Ich habe so gut angefangen. 4, 3. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Komm, Meier. Arne. Meier. Arne. Meier. Dankeschön. An den Pfosten und dann geht er rein. 30 Sekunden. 5, 4. Ich sehe schon. Ich spiele am Ende unentschieden. Ja, Mann. 6, 4. 20. Eieiei. Komm, Johnson. Wenn du den jetzt hier reinmachst, könnte es der Sieg sein. Und es ist wahrscheinlich der Sieg. 7, 4. 3 Tore. Jetzt nochmal eine tolle Chance. Arne Meier. Der ist drin, Leute. Wir gewinnen das zweite Spiel. Sehr schön. 8, 4. Freistoß geht nicht rein. Wir kriegen nochmal eine Ecke. Wir kriegen keine Ecke. Zeit ist abgelaufen, Leute. Ich bedanke mich jetzt für's Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Fall geöffnet. Wenn ja, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin jetzt hier raus an dieser Stelle. Ihr wisst ja, die Kamera kann immer nur 14, 15 Minuten aufnehmen. Wir sind schon bei 14 Minuten Aufnahmezeit. Mal gucken, wann das ausgeht. Dann hört ihr auch meine Stimme nicht mehr. Leute, ich bin jetzt hier raus. Wir sehen uns morgen wieder. Ganz klar. Ich werde eure Teams-Kampf heute auch schon am 17 Uhr. Ich lehne mich zurück und trinke ein Pflückchen aus der Wasserflasche. Ich bringe euch zurück.